So, Sportsfreunde, damit sind wir bei der Toybox-Folge Nummer 6, Disney Infinity, und zwar Phineas und Ferb Toybox sind wir am bauen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Und, ähm, ja, ne, so ist das. Wir werden jetzt erst einmal gucken, was wir jetzt hier weitermachen. So. Ist da jetzt Kapseln gekommen oder eher nicht? Ich sehe jetzt gerade keine. Das wird nicht schlimm. So, ähm, ich würde sagen, Freunde, jetzt bauen wir mal spontan, ähm, erstmal jetzt den Turm, also jetzt bauen wir erstmal Gebäude drumherum. Ne, dass wir das hier mal vervollständigen, weil viel größer will ich das nicht bauen. Und dann bauen wir viele kleinere Attraktionen, die, äh, ja, die, die so gebaut haben. So einen Flipper haben die ja mal gebaut, und dann baue ich diese, natürlich diese Wasserrutsche da ein, ist ja ganz klar. Und, ähm, wenn ihr euch fragt, was ich hier die ganze Zeit mache, ich suche gerade die Gebäude, ne, anstatt ich einfach mal so mache und dann die Gebäude suche, geht doch bestimmt viel einfacher als andersherum. So. Aber entweder bin ich blind, ne, oder ich weiß es nicht, nach vorne. Alter, wo sind denn die Gebäude, Mann? Ich bin doch nie doof. Mein Gott, Marcel, Alter, was ist mit dir? Nicht richtig. Teilweise. Jetzt müsste ich rein theoretisch ja hier hinbauen, ne? Seht ihr da richtig? Ich glaube, ja. Ja, sollte ich tun. Bauernsicht, was haben wir denn noch? Bürogebäude mit Löderkopf. Ich bohren hier alles hin jetzt. Ich könnte auch nochmal... Ja, natürlich. Hier so ein kleines Restaurant an der Ecke. Eine Eisdiele direkt nebenan, wenn noch einer danach Hunger auf ein Dessert hat. So. So, da ist natürlich alles jetzt so. Zack. Zack. So. Gut, jetzt können wir jetzt hier so weiterbauen. Machen wir ja was anderes, ne? Einen Sandstein. Okay. Ah, Mist. Genau so. So, wo sind die kleinen Metzgereien und hier alles? Wieder eine Metzgerei. Büro. Darf auch nicht fehlen. Der Imbiss. Straßen muss ich ja auch noch machen, ne? Uuuuh. 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 Wäre besser, wenn ich das dahin gemacht hätte, ne? Gerade auch. Check. Das Haus steht mitten auf der Welt, ey. Aber ist egal, mir gefällt hat und das passt dann. Ja, ich würde so einen Ort kommen und das kann man lassen, das kann man lassen, Freunde. Wird zwar bestimmt wieder nicht von Disney genommen, weil die da bestimmt ihre Lieblinge haben, von denen die immer nehmen, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Soll mir Spaß machen, ne? Klemmer? So, passt halt wohl am besten. Hm? Hm. Wohin? 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 Nein, das machen wir asmelt. Wohin? Wohin? in der Hydrant. Hier gibt es auf jeden Fall einen Hydrant. Ne, das weiß ich doch. Das war... Da ist er. Wie groß ist der denn? Ja, das war mir klar. So. Wisst ihr, was ich meine? Zeig. Dann bist du so dahinter teleportiert und dann ähm, ja, ihr wisst doch, was ich meine. Oder geht... Okay, jetzt habe ich gerade einen anderen Plan. Wartet mal. Man könnte ja auch hier eine Straßenabsperrung machen. So. Die meiste dazwischen. Ah ja, klar. Geht ja nicht wegen den Hydranten. So. Leck. Straßensperre. Du. Warum geht das nicht? Oh, Mann. Ach, das kann ich sogar kaputt machen, Mann. Das ist doch doof. Ich will nicht, dass das kaputt geht. Ich wollte jetzt eigentlich was machen. Ich wollte jetzt zum Beispiel, wollte ich jetzt das hier. ja, toll. So ungefähr wollte ich das. Bloß, dass ich dann da rüber, ähm, fliege. Gucken, ob ich was anderes dafür noch nehmen kann. Ähm, das hier vielleicht, das hier. Schertschubser. Vielleicht geht's, Freunde. Vielleicht geht's. Ja. Es geht. Es geht. Richtig gut. So. Dann wirst du da hinten hin teleportieren. Also kommst du hier hin, teleportiert, ne? Da hinten, ja. Dann wirst du da hinten hinfahren. Und, ähm. So. Wir müssen. Habe ich das jetzt weggemacht hier? Ich habe das Büro vom Doktor weggemacht, ne? Okay. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Muss ich einfach nur wieder aufbauen hier. Zack. So, also wir sind hier teleportiert, ne? Und dann müssen wir so machen. Wups. Haha, richtig gut. Zack. Passt. Ja, Freunde, man muss sich nur zu helfen wissen, ne? Ich sage es euch so, wie es ist. Man muss sich nur zu helfen wissen. Wenn es euch gefallen hat, ne? Dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, Freunde, danke fürs Anschauen, zuhören. Alles andere auch. Und, ähm, ja, ne? Bis nächstes Mal. Das ist mir